So geht's eigentlich La 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 Oh, da ist ja noch eins Hallo Und damit haben wir's geöffnet, Gott sei Dank Da ist der Lavastumpen, oder? Ist das? Doch, das muss einer sein, der leuchtet Wahrscheinlich den Fels unten Gott sei Dank Und die Welt brennt ein bisschen weniger Oh Gott, wie komm ich denn hier wieder weg? Ähm... Kommt, jetzt komm ich auch da rüber wahrscheinlich So Um Jottes Willen Ich speichere jetzt überall, merkt man wahrscheinlich Da unten hockt irgendwas, ein Lavagehirn. Gehören. Aua. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Da drüben kommen wir nicht... Ah, vielleicht hätte ich da hinten die Wand kaputt machen sollen. Aua. Ähm. Oh. Hätte ich mir denken können. So, da hinten kommen wir nicht hin. Wahrscheinlich brennt das Ding nicht sicherer Bereich. Okay. So. Aber wie komm ich hier wieder raus? Äh. Ähm. Ähm. Ja. Folgendes. Ist das Problem. Rutzel. Wir müssen... Ach, Alter wie mies das ist. Wir müssen sofort beim ersten Mal rüber und dann links rüber. So, das ging schnell. So, das ging schnell. Sofort rüber und dann irgendwie links rüber und das Ding müssen wir irgendwie mal... ... ... ... ... ... ... ... Oh, 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 oh. Schneller, 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 schneller. Nicht treffen! Oh, hu. Okay, jetzt aber rein. Höh. Gott sei Dank geht das Ding auch aus. Und le lava se passé. Wie wir passionierten Franzosen immer so sagen. Die Frage ist nur... Kann ich hier drauf? Nein! Aua! Scheiße. Ach, da ist aber ne Wand. Okay. Heilige Scheiße. Okay. Wir haben diese Etage auch abklabustert. Da ist noch irgendwie so ein Puzzleding. Da muss noch ein Geheimraum sein. Ich weiß nicht, ob wir da noch hinkommen. Oder möchten überhaupt. Ich bin da momentan sehr leidenschaftslos, muss ich zugeben. Oh, das war knapp. So, speichern. Rein. Oh, das ist schon wieder so ein... Oh, ich hasse diese... Diese Dinger hasse ich ja auch wie die Pest. Mit ihren komischen Lava-Bubblen immer die ganze Zeit. So, auch den mach ich fettig. Fettig mach ich den. So, da oben sind nur Spikes. Da kommt nichts mehr. Ich find's schön wie die Dinger hier leuchten. Hat das was auszusagen? Okay, was ist das da oben? Saurons Auge. Ach du Scheiße. Ähm... Natürlich instabiler Boden. Ähm, komm ich da jetzt auch hoch? Achso, klar. Ich bin da doof. Ich hab immer Angst, dass es hier vielleicht noch zu heiß ist. So, Gott sei Dank kann ich hier speichern. Ach du Scheißi. Ähm... Nein! Hä? Wieso bin ich jetzt hier drin? Ähm... Okay. Nein! Scheiße! Ich hab was vergessen. Ich hätte auf die andere Seite gemusst. Ähm... Ähm... Gar nicht... Gar nicht gerallt gerade. Okay. Nein! Was haben wir... Hat er nichts besseres zu tun da oben? Hat er nichts besseres zu tun da oben? Nein! So, Gott sei Dank. Okay. Hier nochmal speichern. Wups! Aktivieren! Aktiviert, Aktiviert, Aktiviert. Oh, guck mal. Da unten rechts ist was. Alles klar. Nein! Oh! Ich bin nicht... Ich bin nicht gut in sowas. Oh Gott. Ich bin echt nicht gut in sowas. Oh Gott, das will. Ähm... Da kommen wir nicht lang, ne? Wir müssen... Wahrscheinlich da lang. Oh... Okay. Erwähne ich gerade, wir kommen da nicht lang. Das war wahrscheinlich eine Fehleinschätzung. an... ... ... Oh! ... ... ... Und den da runter. Und den da runter. Reicht das? Ja. Oh, alter Schiff. Ich bin so ein bisschen durch. Ich bin gerade hart am Schwitzen. Was natürlich an der Lava liegt. So, kann man denn jetzt... Ah, die ganzen Laser sind abgestellt. Halt! Erstmal natürlich hier hin. In der Nähe von Feinden. Hä? Ach, der ist da... Ist der weg? Hä? Wo ist der? Wo ist denn ein Feind in der Nähe? Ich will hier speichern, man! Lass mich hier gefälligst speichern! Weißt du was? Leck mich doch! Ohne speichern! Ohne mich! Wo ist denn da unten lang? Ah! Bringt uns zwar nicht wirklich was, aber schaden kann es ja auch nicht. Da komme ich ja eh nicht hin. So, einfach aus Prinzip. Okay. Die Dinger sind immer noch da. Wie kommen wir denn jetzt zurück? Kommen wir da unten irgendwo lang? Ja... Kommen wir offenbar. Ich weiß noch nicht, ob das richtig ist. Na, das war ja einfach. Alter Schwede. Okay. Jetzt auf die linke Seite. Ich hoffe, das ist nicht mehr allzu viel. Toll. Das einzige Lava-Becken. Klingt ja toll. So. Speichern. Und rin in den Spaß. Diese Figur im Hintergrund sieht auch sehr vertrauenseinflößend aus. Okay, hier müssen wir wahrscheinlich runter. Es leuchtet. Bäm. Was? Hey! Nein! Nein! Das war doof. Hä? Achso. Klar. Jetzt bin ich ja hier. Hö! Was? Nein! Was? Nein! Nein! Hö! Die Dinger verschwinden! Wie mies ist das denn? Die Wände waren einfach weg. Da konnte ich mich nicht mehr retten. Da war ich plötzlich in Panik. Was? 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 Macht mal'de ich... Nein! Ohoh! Fick dich.. Ohoh! Nie wieder dapperruns! Oh Doof! Hilfe! Herr Force! OHHH Nein! Das gibt es doch nicht... Immer dieser eine Mühe, der einem da fehlt Aaaaaah Ich muss echt mal entspannter werden an den Dingern' ich bin ja grad so unter Strom Alter, toll, leck mich doch, habe ich das Ding zerschossen? Ich bin gerade echt auf 1080 Grad im Innern. Oh, Alter, das darf doch nicht wahr sein. Nein, jetzt ist die Plattform schon weg. Das ist doch unfair. Wer hat denn die Plattform zerschossen? Leck mich doch. Ich hasse dieses Spiel. Es ist so widerlich. Kauft es auf gar keinen Fall. Doch, kauft es. Es ist toll. Aber scheiße. Es ist... Tyson. Es ist Mike Tyson. Dieses Spiel ist Mike Tyson. Eine Mischung aus toll und scheiße. Nein! Äh, äh, was? Willst du mich verarschen? Alter, was ist denn das für ein bekacktes Spiel? Wo muss ich denn da langen? Wahrscheinlich an den Schüssen nach oben. Halt die Schnauzen dramatische Musik. Ich kann dich nicht mehr hören. Ich will jetzt sofort saftige Wiesen und grünes Steak. Nein! Nein, schon wieder! Oh, dieser verfickte Kacker. Ich verfluche ihn und seine gesamte Sippe. Na toll. Hilfe! Hilfe! Es ist sehr heiß hier drin. Nein! Nein! Das gibt's doch nicht. Ich verfluche dieses Spiel. Da denken sie sich so spät noch so eine fiese Gemeinheit. Das willst du mich verarschen? Jetzt schieß doch! Ach! Alter, was für ein Kackspiel. Nein, das Spiel ist super. Aber es ist kacke. Es ist echt kackemies. Kackemies. Nein! Warum läuft der denn nicht hoch? Warum schießt denn hier niemand mehr? Wahrscheinlich, weil ich alle umbringe. Dieses Spiel hasst mich. Es hasst mich. Ich weiß es genau. Das meint er persönlich. Mann, jetzt lenkt er mich von meinem dreckigen Schuss ab. Nein! Da war doch der Schuss. Ich hab doch auf Y gedrückt. Fing dich, du Spiel. Boah, ist das ein Hate-Spiel einfach. Das sieht so schön und unschuldig aus und ist so scheiße gemein. Nein, da oben die Plattform fehlt schon. Das gibt's doch nicht. Wie viel Pech kann man haben? Wieso war die Plattform oben jetzt schon weg? Ich geh gleich auf. Gleich beende ich dieses Spiel. Hab keinen Bock mehr. Leck mich doch. Scheiß Spiel. Blöder Entwickler. Ich hoffe du kriegst Pickel. Versuch's jetzt mal so um diese Plattform. Das scheint ein bisschen leichter zu sein. Nein! Sag mal, jetzt fängt er die alle mit dem Kopf... Nein! Willst du mich verarschen? Der fängt alle mit dem Kopf auf und dann setzt der voll in die Wand rein. Wann ich einmal ganz kurz... Oh, das ist doch nicht wahr! Das ist doch nicht wahr! Kann ich einfach noch mehr passieren? Kann ich währenddessen noch das Wasser unten ansteigen? Das Ding ist tot! Ich komm hier nicht mehr hoch. Das Ding ist tot! Ja! Das war toll! Ich hab versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Ich glaub, ich werd hier noch 10 Folgen lang festhängen. Das ist doch nicht wahr! Alter! Das sind meine Nebenstellen im ganzen Spiel! Kann ich weiter machen können. Das ist doch nicht ganz klar! Das was ich auch jetzt regularisch habe ist... Das ist toll! Dann bin ich noch nicht wieder weg! Nein! Nein! Uuuuuh!